ich hoffe er kommt hier runter nein er schwimmt da drüben warum schwimmt er jetzt da drüben ich habe das gefühl dass da drüben ist eine sackgasse nein umdrehen bitte ach komm geh auf du pflanze so vor jetzt habe ich wieder verkackt weil die stacheldinger kann ich nicht sprengen genau kann sie nicht sprengen also das ist diesmal schwierig hier naja er ist schon wieder da runter gefallen weißt du was brauchen wir gleich richtig ich kann so nicht zeichnen ich hasse dich ich hasse dich echt ich hasse dich nein das wollte ich eigentlich nicht egal so 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 Au, da komme ich nicht mehr hoch. Ich kriege es echt nicht mehr hin, Bomben zu zeichnen. Die ist auch keine Bombe, weil sie nicht richtig rund war. So, jetzt sind wir hier unten. Ich wollte gerade sagen, warum fühlt sich meine Tinte nicht auf? Und vor allem, warum braucht das so lange für diese Scheiße? Also hier kann ich nichts anderes machen. Also hier ein paar Stockwerke runterzusprengen. Gehe mich gleich mit. Gehe mich gleich mit. Das bringt alles nichts. Kann nämlich die Stachel nicht wegspringen. Wie soll ich bitte auf die andere Seite eigentlich kommen? Gehe mich. Das ist nicht so schön, dass er da drüben jetzt da hockt. Hier geht es übrigens nicht weiter, merke ich gerade. Also war das der feilig-falsche Einsatz. Das ist immer, wenn ich da drunter katapultieren muss, zeichne eine Bombe. Nur schon hier lang, das war richtig. Ach komm, rauszummen kann ich auch nicht, um anschließend zeichnen zu können. Danke, das wollte ich auch nicht erreichen. Okay. 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 Und ja, ich weiß, ich reg mich gerade wieder auf. Aber irgendwie ist das gerade richtig, richtig kacke. Weil, was kann ich machen? Ja, das ist klar. Ah. Ah. Okay. Das erklärt's. Ähm, das hat nicht geholfen. Wie soll das gehen? Wie. 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 Aber ich selber kann das nicht. Bist du mich verarschen. Ich bin schon wieder da unten. Bist du, dass mir langsam aber sicher die Lust vergeht. Ich bin schon wieder da unten. So, das kann ich weggraben. Da bombe ich. So, du drehst jetzt um. Und du machst jetzt Wind. Falsche Richtung. Ich glaube, ich fresse einen Elch. Ich habe auch keine Tinte mehr. Jetzt habe ich wieder Tinte. Würdest du bitte aufstehen? Und in die andere Richtung gehen? Warum wedelt sie immer in die Richtung, in die sie nicht wedeln soll? Ah, es wedelt ihn in die falsche Richtung. Oder wedelt sie ihn immer in die Richtung, in die er nicht guckt. Nein, es wedelt ihn in die Richtung. Egal, wie rum ich drehe, es wedelt ihn immer in die andere. Und... Ach, jetzt auf einmal faszinierst du. Ich mal ne Bombe. Also, gib mir ne Bombe. Bombe! Alter, das gibt's net. Ich mach Wind. Warum willst du ihn wieder in die Richtung? Hör auf! Mach Wind! Warum machst du keinen Wind? Wind! Bitte! Bitte! Ey! Warum? Ich zeichne es genau so, wie es beschrieben ist. Ja, guck. Dann, wenn ich's nicht brauch, geht's. Dann, wenn ich's nicht brauch, geht's. Und dann, wenn ich die Bombe, brauchen wir die wieder nicht. Und dann, wenn ich's nicht brauch, geht's nicht. Seht ihr? Ist... ...mämlich. Und dann, wenn ich's nicht узнаet. So, jetzt bitte gehe. Ja, ging, aber nicht weit genug. Komm, fährt auf. Na also. Komm, fährt auf. Komm, fährt auf.